Da vorne ist ein Pferd ohne Besitzer. Der rennt hier rum. Was macht das hier? Warum? Warum läuft hier ein Pferd rum? Ja, aber warum? Warum läuft hier ein Pferd rum? Was macht das hier? Das ist eine richtig geile Ortschaft. Jetzt langsam gefällt es mir hier. Und da hinten kommt der Mensch angerannt, glaube ich.